Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de, der Plattform, mit der du lernen kannst, deine Tuba zum Klingen zu bringen. Im heutigen Video beantworte ich mal wieder eine Frage, die ein Zuschauer mir gestellt hat. Und damit ich gleich loslegen kann, lese ich die Frage einmal vor. Sie kam als Kommentar unter einem der letzten Videos, hatte mit dem eigentlichen Video nichts zu tun, aber weil die Frage kam, möchte ich sie jetzt hier beantworten. Und zwar hat Cedric Caspari geschrieben, Hallo Raimund, ich finde, du machst sehr gute Videos zum Tuba lernen. Ich habe meinen Klang mit der Tuba sehr verbessern können, obwohl ich einen Musiklehrer habe, halt keinen Tuba spiele. Und ich habe auch zwei Fragen zur Tuba. Muss eine Tuba irgendwelche Voraussetzungen haben, um auch in etwas größeren Orchester, wie zum Beispiel Sinfonieorchester durchzukommen, für ein gutes Fundament. Und meine zweite Frage, was der Unterschied bei unterschiedlichen Größen der Schallbecher ist und der Mensur. Liebe Grüße, Cedric. Das sind zwei gute Fragen. Die erste Frage zu der Tuba, was die Voraussetzungen bringen muss, um zum Beispiel im Sinfonieorchester oder auch zum Beispiel im großen Blasorchester spielen zu können. Was wichtig ist, ist, dass die Tuba sich da gut durchsetzen kann. Und dafür brauche ich eine gewisse Bohrung. Die Bohrung wird angegeben in Millimetern und damit ist gemeint, wie groß der Durchlass ist hier an der Stelle, wo die Ventile beginnen. Also durch die Ventile durch, wie groß da der Durchlass ist. Eine kleine Tuba, also sagen wir mal sowas, was oft in drei Vierteln angegeben wird, die hat oft Bohrungen von 15, 16, 17 Millimetern. Eine normale Tuba, die man als vier Viertel angeben würde, hat vielleicht so 17, 18, 19 Millimeter und eine große Tuba, die in fünf oder sechs Viertel angegeben wird, dann über 19 Millimeter. Teilweise 20, 21 Millimeter Bohrung. Und wenn ich eine große Bohrung habe, dann habe ich den Vorteil, dass ich eben einen sehr tragenden Klang hinbekomme. Laut spielen kann ich auch mit einer kleinen Tuba, aber wenn ich mit einer kleinen Tuba sehr laut spiele, bricht der Klang schnell aus. Mit einer großen Tuba kann ich sehr viel Luft ins Instrument geben, bevor die Tuba ausbricht. Das ist wichtig, um in einem großen Orchester zu spielen. Viel wichtiger als das ist allerdings noch, dass ich die entsprechenden spieltechnischen Voraussetzungen habe. Das ist viel wichtiger, als welche Tuba das jetzt genau ist. Natürlich kann man in einem Sinfonieorchester und einem großen Blasorchester mit einer Kindertuba nichts anfangen. Die ist dann einfach zu eng mensuriert, das heißt, die Bohrung ist zu klein. Damit kann man sich nicht durchsetzen. Aber mit einer Viervierteltuba kann das schon gehen. Und da ist einfach wichtig, dass ich es eben schaffe, mit meiner Luft sehr gut umzugehen. Und wenn ich eben sehr gut gestützt spiele, dann hole ich eben das maximale an Klang aus dem Instrument raus auf dem jeweiligen Ton. Wenn du diese Techniken aufbauen willst und da gut sein willst, kann ich als Anfang den Kurs Fundament empfehlen. Der Kurs Fundament, der setzt sich viel mit Atemtechnik auseinander und auch vor allen Dingen mit dem kräftigen und lauten und dem ausdauernden Spiel in der tiefen Lage, dass man eben für verschiedene Ensembles einfach in der tiefen Lage einen großen Klang bekommt. Und wenn du das dann noch weiterentwickeln willst, kann ich uns auch einen großen Kurs empfehlen. Der heißt Tonbildung. Das ist so ein Kurs, der geht sechs Wochen lang und da gibt es jeden Tag ein Video, wo du mit mir zusammen eben technische Übungen spielen kannst. Genau, da kannst du deine Fähigkeiten auch verbessern. Also wenn du jetzt zum Beispiel dich in einem großen Orchester gut durchsetzen willst, sind diese beiden Kurse eigentlich das Beste, was wir im Programm haben. Nun die andere Frage und zwar, was den Schallbecher betrifft. Beim Schallbecher ist es so, dass je nachdem wie die Form des gesamten Rohres ist, werden unterschiedliche Anteile des Frequenzspektrums verstärkt. Zum Beispiel ist es so, man kann sich das ganz gut vorstellen, eine Trompete und ein Flügelhorn. Eine Trompete hat einen hellen, strahlenden Klang, die ist sehr eng mensuriert oder vielleicht auch nicht unbedingt eng mensuriert, aber sie ist zylindrisch. Das heißt, das Rohr ist relativ gleichbleibend im Durchmesser, bis dann am Ende der Schaltrichter kommt. Und ein Flügelhorn beispielsweise ist viel konischer. Das heißt, das Rohr geht weiter oder geht früher weiter auseinander. Das heißt, der Durchmesser des Rohres wird immer größer. Das bedeutet konisch. Und die Trompete hat eben einen sehr hellen Klang und das Flügelhorn hat einen eher weichen und dunkleren Klang. Dunklerer Klang bedeutet, dass mehr Grundtöne oder dem Grundtönen nahestehende Obertöne verstärkt werden. Und ein heller Klang heißt, dass die Obertöne mehr verstärkt werden und der Grundton nicht ganz so präsent ist. So ist es eben auch bei der Tuba. Wenn wir eine Tuba haben wie diese hier mit einem relativ großen Schallbecher, ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, wie groß der ist, ich glaube ungefähr 50 cm, dann haben wir einen relativ dunklen Klang, weil die Grundfrequenzen eben stark verstärkt werden. Wenn wir eine relativ enge Tuba haben, wie zum Beispiel eine Wiener Tuba, dann haben wir einen obertonreicheren Klang, die praktisch einfach insgesamt ein bisschen enger gebaut ist. Das bedeutet nicht, dass die Bohrung an den Ventilen enger ist, sondern das bedeutet einfach nur, dass der Rohrverlauf eher zylindrisch ist. Das ist der Hauptunterschied zwischen den Schallbechern. Also je größer der Schallbecher, desto mehr tiefe Frequenzen werden verstärkt. Wir haben einen dunkleren Klang. Und je enger der Schallbecher, desto weniger werden die tiefen Frequenzen verstärkt. Das heißt, wir haben einen obertonreicheren, helleren Klang. Das ist eigentlich schon der ganze Unterschied. Und dann ist es natürlich so, dass jede einzelne Tuba ein bisschen unterschiedlich klingt. Da muss man einfach immer ein bisschen ausprobieren. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Tuba kaufen möchte, dann sollte man vielleicht drei, vier verschiedene ausprobieren, die eine ähnliche Größe haben. Sagen wir mal zum Beispiel, wir suchen irgendwie eine professionelle Tuba im Fünfviertelbereich. Dann kann man eine 496er Hagen von Mirafon ausprobieren. Man kann die 195er Melton ausprobieren. Und dann vielleicht noch eine B&S GR55. Und dann kann man einfach schauen, was einem besser passt. Es gibt dann eben sehr, sehr viele Feinheiten, die noch über den Klang bestimmen. Eben nicht nur der Trichter. Aber das geht dann so weit in den Instrumentenbau hinein, dass ich als Laie in dem Sinne keine Ahnung davon habe, was da noch genau alles reinspielt. Da muss man eben einfach ausprobieren und bei den entsprechenden Herstellern nachfragen. Ja, lieber Cedric, ich hoffe, ich habe deine Fragen gut beantwortet. Bedanke mich für die Frage. Das ist immer schön, wenn ich Fragen bekomme. Dann weiß ich, dass ich Videos machen kann, die die Zuseher und Zuseherinnen auch wirklich interessieren. Nächste Woche wird es noch einmal um das Thema Lampenfieber gehen. Und zwar werden wir uns dem Thema Lampenfieber eher von einer psychologischen und mentalen Seite her nähern. Vor zwei Wochen habe ich ja ein Video gemacht zum Thema Lampenfieber von der physiologischen, also von der körperlichen Seite her. Wenn ihr dazu Fragen habt zum Thema Lampenfieber, dann schreibt gerne einen Kommentar unter das Video. Dann kann ich die auf jeden Fall nächste Woche im Video beantworten. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba-Üben. Und Tschüss! Hi, wenn dir dieses Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Und wenn du mehr zum Thema tubalernen.de rausfinden willst, dann siehst du hier mein neuestes Video. Hier siehst du ein Video, was zu dir besonders gut passt. Und hier findest du alle Informationen zu meinem sechs Wochen Kurs Tonbildung. Viel Spaß und lass uns die Tuba zum Klingen bringen.